Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir hier. Ja, heute wieder ein YouTube-Kommentar, den ich erhalten habe von EagleJoe73 oder AdlerJoe1899, wie er bei Twitch heißt. Er hat mir geschrieben, grüß dich, vielen Dank für deine Einschätzung zu den neuen Karten. Ich bräuchte mal deine Hilfe. Ich suche einen Verteidiger mit Rechtsschutz, Rechtsschutz, Punkt. Nicht mit Rechtsschutz. Aktuell habe ich in meinem Line-Up so und so und so. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps für mich? Gesamtbudgets sind aber nur ca. 175k. Im Tor habe ich Oettinger derzeit 88. Also laut dem, was du mir geschrieben hast, müsste dein Team jetzt so ausschauen. Wir haben hier den Dylan Cousins am Flügel. Wir haben den 90er Leon Dreiseitel aus dem Matthews Stamkos Team of the Week. Wir haben Peter Stasny, 89er Tim Stützle. Basal aus der Superstar-Herkunft, 86er Jean Couturier. Basis Kucherov, Basis Panarin, Patterson, Larkin in der Verteidigung haben wir Basis von Makar, 89er Bo Byram, Semivatanen, Brandström auf 88, Schneider 86 und die 88er Karte von Rasmus Sandin im Tor der 88er Jake Oettinger. Also generell ist das Team nicht schlecht. Das ist schon mal das Erste. Mit dem kann man auch getrost so spielen. Was ich echt hier bemängeln muss, mir wären zwei von diesen, sei es jetzt 22 oder 22 oder von den 16 Petiros, wären mir zwei Stück lieber mit 2,90 als jetzt 5 mit 89. Also so den halben Weg. Muss ich echt sagen, ist für mich ein leichter Abturner. Dann ist für mich, Cousins ist für mich eindeutig ein Center. Ich würde ihn nicht am Flügel spielen lassen. Ich würde das Ganze anders umstellen. Auch hier ist so nur eine spontane Einschätzung. Ich würde den Stamkos in die erste Reihe am Flügel stellen. Wie gesagt, selbst der Cousins, eigentlich auch der Matthews und auch der Stützle sind für mich Centerspieler. Da würde ich aber trotzdem gucken, dass ich den auch am Center spielen lasse. Und die Frage, was ich mir hier schon fast stelle, ich würde extra den Upgrade vom Cousins rückgängig machen. Und würde es lieber die Karten, die du davon kriegst oder die Collectors, die du kriegst, dann in den Stützle oder in den Byram reinstellen. Wahrscheinlich erst beim Byram, der ist da mit Abstand der beste Verteidiger, würde ich da investieren. Dem Basis-Markar, die Zeit ist auch schon leider vorbei. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, würde ich Larry Murphy empfehlen. Ein anderer wäre noch der 87er John Carlson. Der kostet gerade so um die 20.000 im Auktionshaus. Daher ist dann eine 88er-Karte rauskommt, ist dann die 87er auch billiger. Wenn der Stasny hier unten tauschbar ist, würde ich auch den Upgrade rückgängig machen und würde gucken, was ich verkaufe. Da ist es halt so, der geht jetzt halt erst im Januar auf 90 hoch. Das heißt, der geht im Februar auf 91. Bis dahin hast du schon viel bessere Karten wie den Peter Stasny und wenn er wirklich tauschbar ist, dann würde ich die ganzen, ich glaube, wann drei oder vier von den Power-Up-Collectors, die du da zurückkriegst, würde ich wieder einsetzen. Und dann die Basiskarte von ihm verkaufen und den Besseren investieren. Beim Kucherov kannst du auch mal gucken, ob der Superstar herkommt. Der achten Asker Kucherov wäre eine Idee. Panarin kann sogar noch so drin spielen. Das ist das, was ich hier so machen würde. Von der Verteidigung bist du mir ziemlich klein. Also wenn ich sehe Wartanen und Branstrom nebenan hin, sind halt beides nicht die Größten. Die hinteren passen sogar. Da würde ich auch gucken, dass ich einen von beiden raushau. Und dafür noch den 86er Seth Jones wäre mir zum Beispiel lieber als Sammy Wartanen. Upgrade von Urchinger, ich habe ihn bei mir auch nur auf 89. Ich hätte die Collectibles sogar da. Aber ich weiß nicht, ich habe da keinen Unterschied gemerkt, ehrlich gesagt, zwischen 87 und 89. Also ob der jetzt so zwingend erforderlich ist aktuell, würde ich mir überlegen. Der ist gar nicht mehr so wirklich zwingend erforderlich. Den Larkin würde ich sogar eine größere Rolle zuweisen. Ich würde ihn sogar noch eine Reihe hochstellen. Der ist auch verdammt schnell. Mein Kucherov ist auch nicht schlecht. Aber die Zeit von den Basiskarten ist halt jetzt mittlerweile abglauben. Also da würde ich gucken, dass ich jeweils entweder, wenn du mit der Karte zufrieden bist, Kucherov die 88er und beim Panarin eine 87er, 88er oder einen von den drei 89er, das dann auch mit Synergien wieder passt. Wir sind jetzt hier nicht auf Synergien eingegangen. Das ist rein das Team, was du hast, wo ich ausgehe. Und Larry Murphy, du spielst ja auf der Xbox, habe ich gesehen, ist keinem Auktionshaus verfügbar. Von dem her, gucken, dass am Morgen oder am Donnerstag, wenn die Belohnungen kommen und der noch gezogen wird, da zuschlagst. Aber ich würde auch nicht hier mehr wie 150.000 ausgeben. Alles, was drüber ist. Da kannst du dann auch gleich einen Charlie McAvoy holen von der Evo-Serie. Da bist du dann auch bloß bei 200er bis 250er. Das würde ich nicht mehr ausgeben. Eine gute Karte hier auch von Larry Murphy. Und hier, Wartan, würde ich gucken, dass du darüber wegkommst, dass du einen größeren noch reinbringst. Also ein bisschen dieses Gefälle, weil die zwei sind halt extrem klein. Bei Byram ist 1,85, Murphy ist 1,88. Das passt schon eher. Man könnte es auch dann kombinieren. Wobei ich dann in Wartan nicht in die erste Reihe stellen würde. Also Byram hoch auf 2,90, den Upgrade vom Cousins rückgängig machen, Stützle dafür hoch, den Byram hoch und dann hier gucken, das hier rückgängig machen vom Stasny. Und dann würde ich hier gucken, dass du da noch einen anderen Spieler mit reingehst, der dir auch Synergien irgendwas bringt. Du hast keinen Vorbesteller gehabt, nehme ich mal an. Also auch keinen von den ersten vier ausgewählt. Macht aber nichts. Ich würde hier vollkommen sonst dem Rest vertrauen. Aber so leichte Upgrades. Die Wochen vom Preis her. Ich würde jetzt nicht alle Kohle in einen Spieler investieren. Ich würde schon nicht gerade so für 35.000 bis 40.000 mich auf drei, vier Spieler konzentrieren. Und den, wenn du für 70, 80 loskriegst, hast du auch nochmal Geld, was du investieren kannst. Vielleicht nur den Upgrade vom Stützle oder vom Byram dann eben mit den Münzen machen, dass du gar nicht auf Spieler gehen musst, auf Collectibles. Aber morgen gibt es ja auch schon wieder Belohnungen. Das hier ist so meine Einschätzung zu deinem Team. Ansonsten ist das Team echt nicht schlecht. Also kann man getrost damit spielen. Aber gerade mit den ganzen 22 oder 22, wenn du nicht mehr hinterher kommst, die Upzugraden. Und die sind jetzt ewig dann auf 89 oder so zwischendrin irgendwo. Das bringt keinem was. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Da würde ich gucken, mich wirklich auf 2, 3 zu konzentrieren und dann die anderen Positionen nach und nach zu verstärken. Das war mein Tipp. Wie gesagt, ich möchte gerne mal ein Gameplay-Review von dir machen. Haben wir schon drüber gesprochen. Und ja, das kommt dann auch demnächst. Und damit hoffe ich, ich kann dir mit damit helfen. Und da immer dran denken, sauber bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.